Wir haben seit ein paar Jahren eine wunderbare Yoga-Lehrerin dabei, nämlich Tanja Struck vom Yoga Loft in Bergedorf. Und Tanja macht jeden Tag von 8 bis 9 auf der Dachterrasse auf dem Casa Yoga für alle, die Lust haben. Und da kann man schon mit einem Sonnengruß den Tag beginnen. Und es besteht auch die Möglichkeit, nachmittags in den Pausen von Tanja eine Massage. Lumi Lumi ist zum Beispiel total beliebt zu machen. Da ist sie auch fantastisch und da könnt ihr entspannen, relaxen und es euch gut gehen lassen. Hashtag Yoga Impro.